Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema, auch im digitalen Bereich. Daher sollen EU-weit in allen öffentlichen Einrichtungen, also auch an den Universitäten, Vorgaben zur Barrierefreiheit umgesetzt werden, um möglichst vielen Menschen, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, den selbstständigen Zugang zu Orten und Informationen zu ermöglichen. Ein wichtiger Baustein hierfür sind barrierefreie PDF-Dokumente. In diesem Video erklären wir, was barrierefreie PDFs sind und wie man die Barrierefreiheit von PDFs prüft und gegebenenfalls anpasst. Sie kennen das sicher aus dem Arbeitsalltag. Bestehende PDF-Dokumente entsprechen nicht den Vorgaben der Barrierefreiheit und sollen nun angepasst werden. Wichtig ist das besonders dann, wenn es sich um Dokumente handelt, die längerfristig zur Verfügung gestellt werden sollen. Doch zunächst zu der Frage, was sind barrierefreie PDF-Dokumente? Sie sind für technische Hilfsmittel wie Vergrößerungssoftware und Screenreader erkennbar und somit für Personen mit Sehbeeinträchtigung selbstständig lesbar. Sie sind klar gestaltet und strukturiert und weisen einige technische Spezifikationen auf. Um zu erfahren, wie es um die Barrierefreiheit Ihres PDF-Dokuments steht, sollten Sie dieses zunächst einer automatisierten Prüfung unterziehen. Dazu öffnen Sie Ihr PDF im Programm Adobe Acrobat Pro. In der rechten Spalte wählen Sie den Reiter Barrierefreiheit an. Sollte dieser nicht vorhanden sein, wählen Sie den Menüpunkt weitere Werkzeuge an und dann in der Rubrik Schützen und Standardisieren den Punkt Barrierefreiheit. Nun klicken Sie auf Prüfung der Barrierefreiheit und wählen als Kategorie Dokument aus. Alle Prüfhäckchen sollten gesetzt sein. Nun können Sie die Prüfung starten. So erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihr Dokument und eventuelle Probleme. Außerdem bekommen Sie erste Hinweise für die Fehlerbehebung. Je nachdem, wie komplex Ihr Dokument und die Fehlermeldungen sind, haben Sie nun verschiedene Möglichkeiten der Problemlösung. Nicht bei jedem PDF lässt sich die Barrierefreiheit im Nachhinein gut anpassen. Wenn bei der Erstellung des ursprünglichen Dokuments nicht auf Barrierefreiheit geachtet wurde und zum Beispiel viele grafische Gestaltungselemente oder Farben ohne ausreichenden Kontrast genutzt wurden oder bei der Erstellung von Listen und Tabellen keine Formatvorlagen verwandt wurden, ist es oft so gut wie unmöglich, das Dokument nachträglich barrierefrei zu gestalten. Oft ist leider nur eine Annäherung in Richtung Barrierefreiheit möglich. Aber jede Verbesserung hilft. Falls Ihnen noch die Ausgangsdatei Ihres PDFs als Microsoft Word-Datei vorliegt, bietet es sich an, zunächst in Word einige Anpassungen vorzunehmen, dann das Dokument erneut als PDF zu exportieren und anschließend in Adobe Acrobat zu finalisieren. Falls Ihr Dokument jedoch nur als gescanntes Bild vorliegt oder es bei dessen Prüfung zu sehr vielen Fehlermeldungen kommt, die Originaldatei jedoch nicht mehr vorliegt, so ist es ratsam, das Dokument komplett neu anzulegen in Word und Adobe Acrobat, statt sich mit der nachträglichen, sehr zeitintensiven Anpassung zu quellen. Wie Sie barrierefreie Dokumente von Anfang an korrekt planen, in Microsoft Word anlegen und in Adobe Acrobat Pro finalisieren, erfahren Sie im Videotutorial Barrierefreie PDF-Dokumente. Wenn Ihr Dokument ohne allzu viele Fehlermeldungen durch die Prüfung der Barrierefreiheit kommt, können Sie Ihr PDF direkt in Adobe Acrobat verbessern. Sehen wir uns den Prüfbericht der Barrierefreiheit einmal genauer an. Okay, da gibt es einige Fehlermeldungen. Aber keine Panik, die werden wir jetzt aus dem Weg räumen. Vorab ein grundsätzlicher Hinweis zum Vorgehen. Speichern Sie Ihr PDF nach jedem Arbeitsschritt unter neuem Namen, da einige der vorzunehmenden Anpassungen nicht rückgängig gemacht werden können. Andernfalls müssten Sie ganz von vorn beginnen, wenn Ihnen einmal ein Fehler unterläuft. Zuerst ergänzen Sie den fehlenden Dokumenttitel. Dazu öffnen Sie unter Datei die Eigenschaften des Dokuments. Hier können Sie die sogenannten Metadaten ergänzen, beginnend mit dem Titel. Auch ein Verfasser können Sie hier benennen. Damit der Screenreader beim Öffnen des Dokuments auch den Titel Ihrer Präsentation statt des Dateinamens vorliest, wählen Sie unter Ansicht beim Öffnen unter Einblenden den Dokumenttitel aus. Als nächstes legen wir die Dokumentsprache fest, unter dem Reiter Erweitert. Dies ist wichtig, damit ein Screenreader weiß, mit welcher Sprachbetonung der Text vorgelesen werden soll. Denn ein fremdsprachiger Text kann mit einer deutschen Betonung sehr schnell unverständlich werden. Wie man einzelnen Absätzen oder Wörtern eine andere Sprache zuweist, klären wir später. Anschließend noch mit OK bestätigen und das PDF unter neuem Namen speichern. Die nächste Fehlermeldung teilt uns mit, dass das PDF nicht mit Tags versehen ist. Diesen Mangel müssen wir beheben, da Tags für die Funktion barrierefreier Dokumente entscheidend sind. Nur mit Tags versehene PDFs ermöglichen das Vorlesen mit Screenreader sowie die Navigation innerhalb des Dokuments. Tags definieren zum Beispiel, ob ein Text eine Überschrift oder ein Standardtext ist oder weisen eine Grafik oder Tabelle als solche aus. Öffnen Sie links in der Leiste das Tag-Bedienfeld. Sollte dieses nicht vorhanden sein, können Sie innerhalb der Leiste durch einen Rechtsklick den Menüpunkt Tags hinzufügen. Hier wird uns noch einmal mitgeteilt, dass bis jetzt keine Tags existieren. Wären bei der Erstellung des Dokuments in Microsoft Word Formatvorlagen genutzt worden, so wären bereits Tags vorhanden. In Acrobat können Tags automatisch zugewiesen werden. Ganz ohne Nachjustieren kommt man aber nicht aus. Dazu klicken Sie zuerst rechts auf den obersten Menüpunkt Dokument automatisch taggen. Wie Sie sehen, sind nun Tags vorhanden. Als oberstes Tag wird immer das Tag Dokument benötigt, welches hier noch fehlt. Dazu wählen Sie oben im Auswahlmenü Neuer Tag aus und im sich nun öffnenden Feld bei Typ Dokument. Diesem Tag ordnen Sie nun alle Tags unter, indem Sie diese mit gedrückter Maustaste in die entsprechende Hierarchieebene ziehen. Um nun die Tags zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, öffnen Sie zusätzlich das Werkzeug Lesereihenfolge. Hier können Sie sich die Strukturtypen anzeigen lassen. Was sehen wir? Die Überschrift ist mit P als normaler Absatz getaggt. Sie soll aber eine Überschrift H1 sein, welche in einem Dokument nur einmal für den Titel vergeben wird. Mit der Maus markieren Sie den Bereich der Überschrift und wählen Überschrift 1. Der Tag hat sich in eine H1 gewandelt. Nun können Sie die weiteren Tags prüfen. Die nächste Überschrift soll einen H2 Tag erhalten. Dazu markieren Sie wieder mit der Maus den Textbereich und klicken im Anschluss im Leserichtung Werkzeug auf Überschrift 2. Der folgende Absatz und die Grafik sind bereits korrekt getaggt. Nun legen wir die nächste Überschrift H2 fest. Im Augenblick wird unsere Liste noch als ein Absatz angezeigt. Leider ist die Anpassung von Listen nicht mit dem Lesereihenfolgewerkzeug möglich, sondern muss händisch vorgenommen werden. Zuerst müssen Sie mit Hilfe von Tags die Struktur der Liste erstellen, indem Sie den Tag Liste wählen. Anschließend erzeugen Sie die Unterelemente der Liste. Dafür erstellen Sie für jede Zeile einen neuen Tag vom Typ Listen-Element und ordnen diesen hierarchisch dem Listen-Tag unter. Der nächste nötige Tag, Listen-Element-Text, beschreibt den Listen-Text der ersten Zeile. Dieser muss wiederum dem Tag li zugeordnet werden, indem Sie ihn an die richtige Position ziehen. Für die zweite Zeile wiederholen wir das Vorgehen. Die Struktur der Liste ist nun fertig. Jetzt müssen Sie ihr noch die Inhalte zuweisen. Dazu teilen Sie den bestehenden Absatz mit dem Lesereihenfolgewerkzeug in zwei Absätze. Nun ziehen Sie Ihre beiden Absätze jeweils in die Liste zum Tag L-Body. Hier haben wir als letztes Element noch eine Tabelle. Damit eine Tabelle von einem Screenreader gut gelesen werden kann, müssen die Inhalte der ersten Zeile stets als Überschriftenzellen mit dem Tag TH ausgezeichnet werden. In unserem Fall wurde dies beim automatischen Taggen schon korrekt zugewiesen. In den nächsten beiden Zeilen ist die erste Spalte ebenfalls als Überschrift ausgewiesen. Dies ist nicht korrekt. Die Korrektur nehmen wir vor, indem wir mit Rechtsklick auf den Tag gehen und die Eigenschaften aufrufen. Hier ändern wir den Tag-Typ zu Tabellen-Datenzelle. Eine Anmerkung. Je komplexer eine Tabelle ist, desto schwerer ist sie für einen Screenreader zu interpretieren. Der Anpassbarkeit an die Barrierefreiheit sind hier also Grenzen gesetzt. Was wir tun können, um die Lesbarkeit noch etwas zu optimieren, ist folgendes. Wir wählen den Tabellen-Tag an und öffnen per Rechtsklick das Optionsmenü. Hier öffnen wir den Tabellen-Editor. Hier lässt sich jeder Überschriftenzelle ein Inhalt zuweisen, auf den sie sich bezieht. In unserem Fall bezieht sich jede Überschriftenzelle auf eine Spalte. Mit einem Rechtsklick auf der Überschriftenzelle öffnen wir das Eigenschaftenbedienfeld. Bei Umfang wählen wir nun Spalte aus und bestätigen mit OK. Dies machen wir ebenso mit den beiden anderen Überschriftenzellen. Im letzten Schritt fügen Sie Ihrer Tabelle noch einen maschinell lesbaren Titel hinzu. Dazu wählen Sie den Tag Ihrer gesamten Tabelle an und öffnen anschließend das Lesereihenfolgefenster. Jetzt markieren Sie mit der Maus die gesamte Tabelle und öffnen per Rechtsklick auf der Tabelle das Optionsmenü. Hier wählen Sie Tabellenübersicht bearbeiten, geben einen beschreibenden Titel ein und bestätigen mit OK. Ein Hinweis? Mit mancher Prüfsoftware, zum Beispiel dem Pack 3 PDF Accessibility Checker, werden die Linienelemente von Tabellen als nicht getaggte Grafiken moniert. Dies anzupassen, überstiege jedoch den Rahmen. Die Tabellen können auch mit der hier beschriebenen Methode gut gelesen werden. Daher können Sie diese Fehlermeldung ignorieren. Am besten speichern Sie Ihr Dokument jetzt noch einmal unter einem neuen Namen, bevor Sie das PDF finalisieren. Prüfen wir dafür noch einmal die Barrierefreiheit. Die nächste wichtige Fehlermeldung betrifft den fehlenden Alternativtext unserer Abbildung. Um den Alternativtext zu ergänzen, öffnen Sie mit Rechtsklick auf der Abbildung im Fehlerbericht die Option Korrigieren. Hier kann der Text eingetragen werden. Der Aufbau eines Alternativtextes sollte wie folgt sein. Erstens der Bildtyp, zum Beispiel Foto, Strichzeichnung, Kreisdiagramm. Zweitens eine kurze, möglichst objektive Beschreibung. Und drittens der Copyrightvermerk. Allgemein gilt, gebrauchen Sie Fachtermini und setzen Sie aus der Abbildung zitierte Begriffe in Anführungszeichen. Sollte es sich bei Ihrem Bild um ein reines Schmuck Element handeln, das keine Informationen übermittelt, können Sie auch das kennzeichnen, indem Sie das Häkchen bei Verzierung setzen. In diesem Fall benötigt Ihr Bild keinen Alternativtext und wird vom Screenreader übersprungen. Fast alle Fehlermeldungen sind jetzt beseitigt. Eine sehr wichtige Überprüfung sollten Sie aber noch vornehmen. Wenn das Dokument händisch mit dem Leserichtung-Werkzeug getaggt wurde, sollten Sie auch die Leserichtung Ihres Dokuments prüfen, indem Sie in der linken Leiste den Menüpunkt Reihenfolge öffnen. Jedes Element hat jetzt eine Nummer. Diese gibt die Reihenfolge der Objekte innerhalb des Dokuments an, so wie es der Screenreader wiedergeben wird. Sollten Sie statt der Nummern die Strukturtypen angezeigt bekommen, öffnen Sie wieder das Werkzeug Lesereihenfolge und wechseln hier zu Inhaltsreihenfolge. Ist ein Element falsch positioniert, so können Sie es mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position ziehen. Sind Sie mit der Reihenfolge einverstanden, so können Sie im Prüfbereich durch einen Rechtsklick auf die Fehlermeldung Bestanden anwählen. Eine weitere Fehlermeldung, die wir manuell korrigieren müssen, ist die des Farbkontrastes. Hier sind wir dazu aufgefordert zu prüfen, ob Texte auf einer farbigen Fläche gut lesbar sind. Je geringer der Kontrast zwischen Text und Hintergrundfarbe, desto schwerer ist er lesbar, besonders für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. In unserem Fall sollte es passen. Im Prüfbereich bestätigen Sie dies durch einen Rechtsklick auf die Fehlermeldung und den Klick auf Bestanden. Fehlermeldungen gibt es nun keine mehr. Allerdings gibt es noch Kleinigkeiten, die nicht im Prüfbericht auftauchen, aber trotzdem die Lesbarkeit enorm verbessern. So kann, wie schon erwähnt, ein fremdsprachiger Text beim Vorlesen durch den Screenreader mit deutscher Betonung schnell unverständlich klingen. Um dies zu verhindern, haben wir bereits die richtige Dokumentsprache festgelegt. Vielleicht enthält Ihr Dokument jedoch einzelne Passagen in einer anderen Sprache? Diese passen wir jetzt noch an. Wählen Sie dazu in der Tag-Übersicht den Textbereich an, der anderssprachig ist. Mit einem Rechtsklick kommen Sie zum Optionsmenü und öffnen die Eigenschaften des Tags. Hier können Sie die Sprache auswählen. Ein Hinweis, Sie können einem Tag nur eine Sprache zuweisen. Sollte sich Ihr fremdsprachiger Text in einem längeren Abschnitt befinden, so müssen Sie den Text auf verschiedene Tags aufteilen. Eine weitere hilfreiche Funktion, um im Dokument navigieren zu können, sind die Lesezeichen, die man links oben findet. Sie zeigen die Dokumentstruktur an, so wie sie für Nichtsehende hinterlegt ist. Besonders wichtig ist dies bei mehrseitigen Dokumenten mit einer Kapitelstruktur. Mithilfe von Lesezeichen können Benutzer durch ein Dokument navigieren, ohne von Seite zu Seite blättern zu müssen. In unserem Fall gibt es noch keine Lesezeichen. Nachdem wir unser Dokument mithilfe der Tags jedoch klar strukturiert haben, können wir hier den Befehl Neue Lesezeichen aus Struktur wählen. Hier sehen wir die Struktur des Dokuments abgebildet und können auswählen, welche Elemente Teil des Inhaltsverzeichnisses werden sollen. Sinnvollerweise wählen Sie hier nur die Überschriften aus, indem Sie diese bei gedrückter Umschalttaste anwählen und bestätigen. Auch hier lassen sich im Nachhinein noch die Überschriften hierarchisieren, damit die Dokumentlogik von Überschriften und Unterüberschriften korrekt wiedergegeben wird. Jetzt ist es gleich geschafft. Im letzten Schritt müssen Sie noch den PDF-UA-Identifier setzen. Denn damit ein PDF als technisch barrierefrei gilt, muss die Metainformation vorhanden sein, welche das Dokument als PDF-UA kompatibel kennzeichnet. Dazu öffnen Sie rechts die Druckoptionen und hier die Option Preflight. Im Preflight-Fenster wählen Sie den Schraubenschlüssel an. Unter Dokumentinformationen und Metadaten finden Sie den Menüpunkt PDF-UA Eintrag setzen. Wählen Sie dies an und klicken Sie unten rechts auf Korrigieren. Nun können Sie das finale PDF abspeichern. Ich fasse noch einmal kurz zusammen, worauf Sie bei der Anpassung eines barrierefreien PDFs achten sollten. Zuerst legen Sie die Metadaten wie Titel oder Sprache fest. Anschließend taggen Sie Ihr Dokument und fügen Bildern und Grafiken einen Alternativtext hinzu. Im Anschluss überprüfen Sie Lesereihenfolge und Farbkontraste, versehen Ihr Dokument mit Lesezeichen und setzen den PDF-UA-Identifier. Zwischendurch speichern Sie Ihr Dokument immer wieder unter einem neuen Titel, damit Sie im schlimmsten Fall nicht ganz von vorn beginnen müssen. Falls Sie doch einmal auf technische Schwierigkeiten stoßen, können Sie sich gern an das Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement wenden. 1995, 2020 Wochen 2 Wochen